So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ich mache jetzt ein Video, mit dem ich mich vielleicht auch irgendwo in die Nesseln setzen könnte. Deswegen versuche ich das so objektiv wie möglich zu machen. Das wird jetzt kein Video, wo ich für mich selber die Werbetrommel rühre und es wird auch kein Video, wo ich irgendwelche anderen Kanäle direkt oder indirekt schlecht machen möchte. Was ich in diesem Video nur machen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist ein paar Punkte, ein paar Anhaltspunkte darzulegen, wie finde ich denn eigentlich den richtigen Kartenleger, die richtige Kartenlegerin. Wenn du also schon länger mal überlegst, ja, ich möchte mir gerne mal auch die Karten legen lassen, ein Reading ganz persönlich für meine eigene Situation mal machen zu lassen, ja, stellt sich natürlich zwangsläufig auch die Frage, ja, wie nehme ich denn da? Ist der Teuerste der Beste? Ist der Billigste der Schlechteste? Macht dir das auch richtig? Kann ich mich dem überhaupt anvertrauen? Weil das ist ja auch die erste Frage. Du vertraust dich ja mit einem Problem, einem faktisch Fremden an, den du aus einem Video kennst. Und da ist es natürlich wichtig, mal ein paar Dinge zu beachten. Ich sage das jetzt einfach mal so und nochmal vorher, ich möchte jetzt hier niemanden schlechtreden. Ich möchte auch mich jetzt überhaupt nicht irgendwo oben hinstellen. Und dieses Video ist jetzt überhaupt auch nicht dafür da, dass ich sage, ihr kommt ja alle zu mir. Ich habe genug Anfragen für persönliche Readings. Darum geht es mir überhaupt nicht. Es ist nur wichtig, dass du ein paar Punkte beachtest. Ich habe mir sogar eine Notiz gemacht. Also wir wollen mal anschauen, worum geht es denn eigentlich, wenn ich überlege, ich möchte jetzt mal ein persönliches Reading haben. Ist natürlich der Punkt Nummer eins. Ja, kann der oder die denn die Karten überhaupt richtig deuten? Also wenn du schon öfters Kollektivlegungen auf YouTube anschaust, sind dir die Karten vielleicht schon ein bisschen geläufig, weil viele die Karten halt einfach so deuten, wie sie gedeutet werden sollen. Manche haben natürlich auch für ganz bestimmte Karten ihre eigene Interpretation nochmal, aber die ist dann auch so. Das sage ich auch immer in meinen Kursen, die ich zum Kartenlegen gebe. Wenn du eine Karte hast, dann kann die auch für dich was ganz Besonderes bedeuten. Na, wie zum Beispiel im Lenormand. Der Bär ist ja eine männliche Energie, steht für Kraft, für Stärke, selbstbewusstsein, vorgesetzter Chef, solche Sachen. Aber jetzt hatte ich zum Beispiel vor einer Zeit einen Kurs, da hat die Dame gesagt, nein, für mich ist der Bär der Seelenpartner. Und dann soll das auch so sein. Aber grundsätzlich sollte man schon das Gefühl haben, ah, der oder die kennt sich schon gut aus mit den Karten. Das ist mal das allererste. Da muss man schon mal drauf schauen, stimmt denn da der Grundbums überhaupt mal? Also kann der oder die die Karten gut deuten? Der nächste Punkt ist auch ein sehr wichtiger. Wenn du dir ein Reading anschaust auf YouTube und du verfolgst das so, ist diese Legung, ist dieses Reading, dass du das siehst, rund. Also dreht sich von Anfang bis Ende alles um dieses eine Thema und ist das auch total stimmig und rund dann im Abschluss. Wie ein guter Wein, wo man dann am Ende sagt, okay, das macht jetzt komplett Sinn, diese ganze Legung macht komplett Sinn. Das heißt, kann der auch mit dem Reading, mit der Frage, mit dem Thema gut umgehen. Also das ist dann, was mich zum nächsten Punkt auch führt. Das ist dann der dritte wichtige Punkt. Fühlst du dich bei der Kartenlegerin oder dem Kartenleger, den du anschaust, wohl? Kommt da was rüber. Wenn du Readings anschaust, bist du ja sowieso ein feinfühliger Mensch. Also das heißt, du hast eine gute Anbindung, du bist sensibel. Und wenn du das anschaust, ist das so dann bei dir, dass du sagst, ja, bei der oder bei dem, wenn ich das anschaue, ich fühle mich da einfach wohl. Ich fühle mich da aufgehoben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil du musst dem ja auch vertrauen. Vertrauen, indem du deine Probleme, deine Schwierigkeiten, dein Thema weitergibst. Ist mein Problem, ist meine Sorge bei diesem Menschen gut aufgehoben und ist der auch mir gegenüber einfühlsam und sagt, ja, ja, ich bin für dich da, ich werde dir auf jeden Fall helfen. Also das ist die Frage, fühle ich mich wohl und kann ich mich diesem Menschen auch anvertrauen? Na, wenn du so das Gefühl hast, na, komm, wir so ein bisschen kühl, so ein bisschen geschäftsmäßig alles rüber, dann überlegt man natürlich auch zweimal, ja, gebe ich dem meine ganzen Sorgen und lege ich die jetzt hier offen und sage, guck mal, das ist mein Seelenleben, so schlecht geht es mir gerade. Da musst du schon merken, okay, bei dem oder bei der fühle ich mich wohl. Jeder fühlt sich ja woanders wohl. Also manche fühlen sich vielleicht auch bei mir nicht wohl. Kann ja durchaus sein. Man kann ja nicht immer jedem gefallen. Aber das ist für dich ganz wichtig, dass du sagst, okay, ich schaue schon ganz oft und ganz lang die Videos da an, da fühle ich mich einfach so wohl, dass ich sage, okay, diesem Menschen würde ich mich jetzt gerne anvertrauen. Dem öffne ich quasi meine Seele und lass da mal reinschauen und lass mir da auch helfen. Das ist aber auch ganz wichtig, dass man dann auch die Hilfe bekommt. Nicht nur eine Kartenlegung, bla 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 und Apfelkuchen auf Wiederschauen, sondern das ist auch wichtig, dass dir dann auch geholfen wird, weil in einem Reading ist es auch immer sehr wichtig, also mir ist zum Beispiel sehr wichtig, dass ich dir helfe. Dass ich mir dein Thema anschaue und auch in den Karten dann trotzdem noch mal schaue, was ist denn eigentlich gut für dich selber. Manchmal oder oft schaut man natürlich für das Gegenüber, den Wunschpartner, den Ex-Partner. Was ist denn mit dem so? Mir persönlich ist es dann auch wichtig, mal zu schauen, was ist denn eigentlich für dich so da? Was ist denn in der nächsten Zeit gut für dich? Weil es soll ja auch darum gehen, dass es dir nach dem Reading besser geht. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. So, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, das ist so ein Thema, da setze ich mich jetzt vielleicht in die Nesseln. Also viele verkaufen ja Dinge. Da gibt es ja alles als Mögliche zu verkaufen. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn das Ganze drumherum auch noch stimmt. Das heißt, das ist die Energie, die Anwendung, das Reading, die Deutung, die Resonanz, die da ist vom Reading her selber. Aber wenn du aber das Gefühl hast, da bist du auf jemanden gestoßen, der dir eigentlich permanent nur irgendwas verkaufen will, kauf dies, kauf da, kauf dort und das Reading selber ist eigentlich schon fast so ein bisschen zur Nebensache geworden in dem Video, dann geht es da wahrscheinlich auch hauptsächlich ums Geld. Und ich sage das jetzt auch einfach so, wie es ist. Ich nenne jetzt auch gar keinen Namen. Wie du ja sicherlich weißt, bei mir am Kanal gibt es nichts zu kaufen. Also ich verkaufe gar nichts. Keine Steine, keine Eier, keine Karten, kein nichts. Also ich verkaufe Hilfe in Form von persönlichen Readings. Das war's. Rest verlose ich, verschenke ich. Aber wie gesagt, wenn du das Gefühl hast, okay, da wird was verkauft, aber das Reading, die Legung, die ist trotzdem super schön, ist kein Problem. Aber wenn du so das Gefühl hast, da geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich jetzt irgendwie was kaufen soll und das Reading selber rutscht so ein bisschen in den Hintergrund, ist auch schon sowas, wo man sagt, na, geht es da vielleicht jetzt erstmal ums Geld. Also da heißt es auch mal so ein bisschen aufpassen. Na, also will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber da muss man schon auch mal so ein bisschen gucken, geht es da irgendwie nur ums Geld oder geht es da um den Menschen, der jetzt hier einfach irgendwie mal Hilfe braucht. Na, also auch trotzdem ein nicht zu verachtender Punkt. Die nächste Frage, wenn du dir einen Kartenleger, Kartenlegerin aussuchst, natürlich irgendwie schon auch das Thema, hat die oder der Erfahrung? Hat der Erfahrung mit Themen, die mich jetzt auch gerade umtreiben? Ich sage immer, es muss überall auf der Welt Spezialisten geben. Ich nenne es jetzt einfach mal Spezialisten. Mein Spezialgebiet ist ja jetzt der Thema Liebe, Thema Wunschpartner, Ex-Partner, gegenüber Herzblatt. Und wenn man sich auf etwas spezialisiert, dann hat man natürlich auch irgendwann die gewisse Erfahrung. Na, das heißt jetzt zum Beispiel bei mir in drei Jahren habe ich jetzt über zweieinhalbtausend persönliche Readings gemacht zum Thema Liebe. Das heißt, ich habe da schon auch so ein bisschen Erfahrung mit sein. Ich weiß schon, ich kenne alle Situationen, ich weiß, wie man da rangeht, wie man ja da auf das Gegenüber auch eingehen muss. Also ein bisschen Erfahrung gehört auch dazu. Viele andere haben natürlich wahrscheinlich noch viel mehr Erfahrung wie ich. Ich meine, mich gibt es jetzt erst seit drei Jahren hier. Aber die Erfahrung ist auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, du bist bei mir direkt gut aufgehoben. Ich kenne mich aus, ich weiß Bescheid. Das ist auch so ein Punkt, wo man schauen soll, hat der denn schon mit dem Spezialgebiet Erfahrung? Gibt es ja auch Sternzeichenkanäle, die machen nur Sternzeichen. Die haben ja auch mega Erfahrung. Ich, wenn ich zum Beispiel Sternzeichen mache, habe ich überhaupt nicht groß die Erfahrung. Ich könnte es schon machen. Aber da gibt es dann auch wieder andere auf YouTube, die können das zum Beispiel sehr, sehr gut. Oder Selbstfürsorge, Selbstliebe, Selbstwert. Gibt es natürlich auch Kanäle. Die können das richtig, richtig gut. Vollmond, Neumond. Also sowas mache ich zum Beispiel gar nicht. Muss ich auch sagen, habe ich überhaupt keine Erfahrung. Lasse ich größtenteils auch die Finger davon. So, also hat der Erfahrung mit dem, was er so tut. Ich lasse mir auch kein Haus vom Bäcker bauen. Also wenn es dir um das Sternzeichen geht, bin ich zum Beispiel der Falsche. Wenn es dir um Vollmondreadings geht, bin ich der Falsche. Wenn es um das Thema Liebe geht, bin ich einer der Richtigen. Es gibt ja noch viele andere, die das auch machen. Aber such dir jemanden aus, der in Bezug auf dein Thema, das du hast, auch die nötige Erfahrung hat. Na, so, was haben wir denn da noch? Auch wichtig, wenn du dich entscheidest, ich möchte jetzt bei dieser Person ein Reading, dann möchtest du bitte auch mal ein paar Videos anschauen. Normalerweise dreht sich eine Kartenlegung immer um eine bestimmte Frage. Zum Beispiel die Frage, hat er eine andere, warum ist er im Rückzug, kommt er noch einmal zurück, was denkt er gerade über mich? Du legst immer auf eine bestimmte Frage die Karten. Na, wenn du jetzt also siehst, in einem Video, okay, da geht es gar nicht so wirklich um eine bestimmte Frage, sondern da wird einfach angefangen zu legen und am Ende der Legung ergibt sich schon irgendein Titel fürs Video, was dann da halt so liegt, dann ist das auch schon wieder irgendwie merkwürdig. Na, man muss immer mal schauen. Ich möchte eine Information, ich habe eine bestimmte Frage, ein bestimmtes Thema und dieses Thema lege ich dann. Und ich darf auch beim Legen im Reading vorziehungsweise nicht abschweifen. Na, wenn ich jetzt reinfrage, kommt er noch einmal zurück und am anderen Ende kommt irgendwie raus, ja, der hat bald eine andere, weil, also da muss man immer bei der Frage bleiben. Also da kannst du auch mal eigentlich relativ einfach beobachten. In den Videos wird er einfach angefangen zu legen, ohne dass man irgendwie eine Frage stellt und am Ende der Legung, da wird sich dann schon irgendein Titel für YouTube ergeben. Auch nicht so besonders. Also schau mal, geht oder drehen sich die Readings immer um eine bestimmte Frage, um ein bestimmtes Thema und wird genau auf diese Frage eine Antwort gelegt. Wichtig. So, ja, und dann sage ich auch noch mal, ich sage, der teuerste ist nicht der beste. Na, das ist natürlich schon so. Tatsächlich, ich habe es schon gesehen, gibt ja hier Readings, da werden Preise aufgerufen, jenseits von dreistelligen Beträgen, also hohen dreistelligen Beträgen, wo ich mir dann denke, ja, erkenne ich irgendwo auch den Wert nicht. Na, also auch wenn man noch so gut ist, sollte man die Kirche im Dorf lassen und das heißt also, der teuerste ist nicht der beste und die billigste ist jetzt auch nicht die schlechteste. Also mach die Wahl, die Wahl deiner Kartenlegerin, nicht vom Preis abhängig, sondern achte auch auf die anderen Punkte, ob die stimmig sind, ob die passen und dann entscheidest du dich für die Legung. Na, also das ist auch ein wichtiger Punkt und der letzte ist mir natürlich auch immer sehr wichtig, ich sage es auch immer in den persönlichen Readings, wenn ich in die Zukunft reinschaue, in die Tendenzen, ein Kartenleger, eine Kartenlegerin ist kein Hellseher, ist kein Wahrsager. Also kein Kartenleger dieser Welt kann dir sagen, dass du in zwei Wochen am Dienstagmittag einen blonden Mann beim Bäcker triffst. So was funktioniert nicht, so was gibt es gar nicht. In die Zukunft schauen, beim Kartenlegen, ist einfach, du bekommst die Energie rein, jetzt zum Beispiel für dich ganz persönlich, du fragst für die nächste Zeit und dann bekommst du Hinweise, Impulse, Tendenzen beziehungsweise die größtmögliche Tendenz der Dinge, die passieren können. Du bist ja trotzdem immer noch deines eigenen Schicksals Schmied. Na, wenn ich dir deine Tendenzen, Energien sage, die in der nächsten Zeit gut für dich sind, heißt es ja noch lange nicht, dass du das jetzt auch so machen musst. Du darfst das annehmen, du darfst das wahrnehmen, du darfst dich danach richten, dass du in diese Richtung gehst. Das ist der Unterschied. Also wenn dir ein Kartenleger erzählt, er sei hellseher oder du triffst in drei Wochen, keine Ahnung, jemanden um 15 Uhr im Bäcker, dann ist das schon auch so ein bisschen komisch. Na, also das sind ein paar so Punkte, die du einfach mal beachten darfst. Wie gesagt, das war jetzt kein Werbevideo für mich, um Gottes Willen. Ich habe selbst genug Anfragen, ich brauche mich nicht beschweren, aber mir ist einfach wichtig, dass du, falls du das noch nicht gemacht hast, dir ein persönliches Reading gesucht hast, so ein paar Punkte im Kopf hast, wo du sagst, ja okay, da schaue ich mal nach und bei dem, bei dem sich das alles stimmig anfühlt, da frage an und hole dir Hilfe, weil ich sage auch immer, das sage ich jetzt auch im Namen aller Kartenleger, die da auf YouTube unterwegs sind, dass du dir lieber ein persönliches Reading gönnen solltest, bevor du ein Problem, ein Thema, Herzschmerz, Liebeskummer, Kopf, Kino, Grübeln hast und schaust dir auf YouTube 20 Videos an, von 20 Kanälen und weißt dir danach wahrscheinlich gar nicht mehr, was ist gut und was ist schlecht, was ist hui und was ist pfui, sondern bevor du dich kreuz und quer durch YouTube geguckt hast, gönn dir lieber mal bei dem Kartenleger, deiner Kartenlegerin, deiner Wahl ein persönliches Reading. So, das war es jetzt auch. Ich betone nochmal, ich wollte jetzt hier oder will niemandem auf den Schlips treten, jeder macht seine Arbeit, jeder tut, was er kann, na, jeder macht es so gut er kann und wem du dich anvertraust, kannst du vielleicht anhand der Punkte mal so ein bisschen für dich ausmachen. So, dann bin ich raus, ich mache einen Pfeil, sei lieb zueinander, bleib gesund, lass viel Liebe da und, ja, wenn du hier am Kanal eh unterwegs bist, würde ich sagen, wie immer, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ciao.